Hey Leute, willkommen bei Couch Gemüse. Ich bin der Marcel. Heute mit dabei die Anni, der Tobi und der Ronny. Hello again. Ich sag einfach hello again. Wir spielen heute, wie soll es anders sein, das ultimative Hühnchen-Krieg. Hors, nicht Hors. Hors. Ja, genau. Stimmt. Pferd. Wie kam ich jetzt da drauf? Keine Ahnung. Krieg. Nee, das ist ja immer ein Krieg. Ja. Wenn es ja immer losgeht. So, das sind jetzt Sachen, die wir uns holen sollten. Also vielleicht erst mal zusammenarbeiten, damit wir neue Dinge machen können. Also da schalten wir neuen geilen Kram frei? Ja. Oh, oh. Ronny, mach mal hier hin. Hier. Genau. Und dann kann man durchfliegen. Oh. Aber wir kommen da nicht hoch. Sehe ich jetzt schon. Wird die Runde nichts. Der Experte hat gesprochen. Einer habe ich uns schon klar gemacht. Alte Winner. Oh. Den Winner habe ich in der Kiste gefunden. Jetzt kommen wir da aber nicht mehr hoch. Jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Oh. Oh. Ich hoffe, die anderen bleiben da stehen. So. Wie die Lemminge. Alle sind sie mir hinterher gesprungen. Okay. Ja, leider keine Punkte, aber dafür eine Villa. Nehme ich. Okay, wir müssen weiter in das Mitte nicht so schwarze Loch hinfacken. Wir wollen da immer noch die Sachen kriegen. Aber es ist doch langweilig, wenn es zu leicht ist. Neue Maps sind nie langweilig. Nein. 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 Oh nein. Wichtiger Snitch. Oh Mann, ey. Das ist jetzt... Ups. Wer hat das... Sorry, Alter. Ich wusste nicht, dass es geht. Wer denn... Das schafft man nicht. Das schafft man nicht. Das wird immer zerstört. Ja, danke, schwarzes Loch. Leute, halt auf. Das hat doch nichts mit dem schwarzen Loch zu tun. Doch. Das wird zerstört. Aber einsame. Ist es jetzt? Was ist es? Alte Villa. Ach so, wir müssen die alle kriegen damit. Verstehe. Ah, okay. Also macht es am meisten Sinn, wenn einer alle regt. Jetzt bereue ich das schwarze Loch doch. Schön, dass das... Hello, Darkness, my old friend. Das passt auch sehr gut zum schwarzen Loch. Darkness. So, wenn einer eine Bombe regt, bitte schwarze Loch kaputt machen. Ja, ja. Ja, ich hab's Klingamin. Das klingt sehr physikalisch korrekt auf jeden Fall, dass man mit einer Bombe ein schwarzes Loch kaputt macht. Ja. Trust me, I'm an engineer oder so. Ganz kurz. Ich weiß, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber soll ich einfach alle einsammeln? Nein. So, wem Aufnehmendem? Nein. Nicht, weil ich dann den ersten Sieg kriegen könnte? Richtig. Und wenn ich verspreche, dass ich runterspringe, wenn ich... Ich glaube, den nicht. Echt nicht? Never trust a chicken. Ärmer. Nein! Oh. Okay. Ich hab' dir den ersten Sieg. Ja, ich hab' dir den ersten Sieg. Alte Villa für Biene-Gi. Dankeschön. Und für? Guck mal hier. Ich tanze für dich, Conny. Ich tanze für dich. Tschüss. Ja, geil. Dann gleich mal ab in unsere schnieke alte Villa, die wir gerade gewonnen haben, oder? Ja, genau. Einfach Level beenden sofort. Hab' ihr gewonnen. Ich kann das sagen. Achso, nee. Achso, verstehe. Ich hab kurz mich gepeilt. Ja, ich dachte, das war's schon. Wir spielen das hier schon so lange. Warte mal. Hm? Trust mir einmal. Ja, okay, Ronny. Dann musst du das gar nicht machen. So. Du verdammt Bied. Also, der Boost, den kannst du sogar noch mal in der Luft einsetzen. Und dann, äh, runterfallen. Passiert das. Yes! Schafe vor, noch ein Tor. Hühnchen hinterher, tausend Tore mehr. Das war ja mal richtig scharf von dir. Okay, alles klar. Das war mal richtig scharf von dir. Äh, ja, irgendwie. Ronny nimmt sich immer die zerstörerischsten Sachen. Wo brauche ich den Flammenwerfer hin? So, Tobi, äh, nicht Tobi. Ronny, was hast du gelernt? Auf wie viel Rammstein konzert warst du? Sechs Stück. Äh, äh, ja. Da gab's eine Menge Feuer. Da gab's eine Menge Feuer, ja. Oh ja. Okay, tschüssi. Brrrrrrrrrr. Was wird das denn? Stimmt. Das muss echt tiefe Häuserschlucht sein, ne? So, könnte Ronny jetzt mal verrecken? Nein. Ich glaube nicht. Warum denn? Ich glaube einfach nicht. Aber ich glaube, das hier ist eine sehr beschimpfte Position für den Swinger. Joa, das, äh, wird wehtun. Ah, scheiße. Seit wann ist das? Und bei dir so, Anni? Ja, läuft. Du willst die Münze haben, ja? Ja, aber geht und geht nicht. Klebt irgendwie so ein bisschen hier. Ja, so ein bisschen. Ah, dieses verfluchte Feuer. Ehrlich, dieses Spiel. Möde! Nehmt, hattest du es einmal kurz. Boah, meine Leiche hängt irgendwie in diesem Fließband fest. Ja, Scheiße! Warte mal, das Ding dreht sich? Ja, wegen dem Fließband. Oh, das ist ja... Oh mein Gott, was? Oha, oha. Ich hab euch ja, äh, extra noch Zeit gelassen, ne? Was ist das denn? Flammbeffer. Flammbeffer. Ihr braucht Insex Flammbeffer. Ich würd sagen, das wird die Runde der Underdogs. Mhm, ab jetzt. Boom, bow und so. Chakalaka. Warum lasst ihr mich nicht rausfinden, was das ist? Was ist das denn? Was ist das denn? Er hat immer die Zeit verlangt. Oh, hachig. Ach nein, meine eigene Hände! Nein! Scheiße, sorry. Okay, okay, okay. Oh, okay. Gut, dass du vorgegangen bist. Äh, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, wo bist du, wo trifft das Ding? Okay, hier noch nicht. Bei der Schranke. Oha! Oha! Ey, aber das sah echt gut aus. Ich dachte, das sagst du. Ich dachte auch. Ich weiß nicht, was dich gekillt hat. Ich glaube, der Flammenwerfer. Ich weiß es auch nicht mehr. Ihr wisst es. Dein Ernst. Dein fucking Ernst. Why? Wenn ich das wüsste, Marcel. Also es trotzdem. Oha! Nein! Komm schon, komm schon! Nein, die Bienen! Die Bienen! Die Bienen! Die Bienen! Die Bienen! Die Bienen! Ich bin tot. Oha, nein, ey. Oh, Anni. Die Runde der Underdogs. Komm. Nein, Tobi! Hat sie schon erledigt. Und der starb einsam. Oha, come back! Ach nee, ich habe nicht gewonnen. Verdammt. Das hört man nicht überheblich, mein Freund hier. Ich habe jetzt meinen dritten Flammenwerfer bekommen, Leute. Ich muss ihn bei so einsetzen. Fehlen ja nur noch drei, dann hast du es voll, ne? Nein! Oh, 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 nein! Die Bienen sind kein Hindernis, auf das man rauf kann. Nee. Bin ich hier tot? Ich bin einfach nur durch eine geschlossene Tür klauen. Waschbär stirbt bei geschlossener Tür. Waschbär stirbt bei geschlossener Tür? Waschbär hinter dieser Tür? Ja. Nirvana. We will never know. Ronny! Du bist ein... Ein Biebs bist du. Nein! Ah, schon wieder. Ah, ich denke mal, die Bienen sind, äh... Wir hatten das Eis da nach unten reingepackt, ey. Hilfe! 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 Leute! Ihr müsst mir helfen! Hilfe! Ah! Hilf dem Hübchen! Ich kann dir nicht helfen. Stattdessen werde ich tanzen über dem Abgrund. Nein! 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 Denn ich tötete Mufasa! Es ist Sparta! Nein! Wie bist du denn da hochgekommen? Denkt ihr, es ist möglich, da gerade durchzukommen? Was heißt gerade? Meinst du, bei Wurzeln? Ja. Zum aktuellen Stand des Parcours? Ja. Ist möglich. Ja. Ah, was? Fuck. Und nochmal in den Arsch. Und nochmal in den Arsch. Und nochmal in den Arsch. Okay. Noch zwei Runden. Oh, oh. Ja, jetzt ein Jet-Fick wäre eigentlich ganz geil. Ich hoffe immer noch auf das Portal. Achso, warte. Dachtest du, es kommt jetzt noch auf das Portal, oder was? Äh, ne. Ich dachte, ich hätte etwas ausgewählt und hab mich gefragt, wer das jetzt übrig bleibt. Und das war ich. Mhm. Do it. Do it. Nein! 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 Okay. Okay, das war richtig gut. Richtig gut. Okay. Ja, aber jetzt? Hallo. Marcel, zeig mir mal wie das geht. Okay. Äh, als erstes. Guckst du und dann machst du so. Und dann fliegst du. Und dann... Du hast einen köstlichen Broiler. Aber... Ich wollte gerade fragen über jemanden. Hühnchen. Yes, yes! Nicht schlecht. Boah, nicht schlecht, Ronny. Frustriert. Nice. Ja, okay. Verdient, Ronny. Das ultimative Schaff. Und damit verabschieden wir uns für die heutige Folge. Äh, war sehr cool wieder mit euch. Äh, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ja, lustige Runde, ey. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alle noch ein bisschen tanzen. Uuuuh. Uuuuh. Uuuuh.